Der Sänger von Anne-Marie Cantereit, wenn der Kinderlieder singen würde. Mit der Stimme. Stellt euch mal vor, der hätte so ein Kind und das Kind liegt so ein Bettchen und die müden Euglein fallen gleich zu. Aber der Papa setzt sich noch ans Klavier und singt noch ein Liegenlied. Händchen klein, ging allein in die weite Welt hinein. Er hat einen Schluck, Hut, steht ihm gut, oh yeah. Und in die Schule gehst du auch. Er hat einen Schluck, Hut, steht ihm gut, oh ja.